Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, endlich wird's wieder Weihnachten und in Augsburg, in unserer wunderschönen Stadt, haben wir uns auch schon gut darauf vorbereitet und uns auf dieses schöne Fest gefreut. Jetzt wünsche ich Ihnen von Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest, besinnliche und gute Zeiten mit Ihrer Familie und mit Ihren Freunden und für 2019 alles Gute.